Und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 15, Seasons Modus. Ich versuch's nochmal mit der alten Aufstellung. Ich versau dir doch nochmal. Ein einziges Mal noch. Aber diesmal mit Benzema. Von Beginn an. Und los geht's. Los geht's gegen Deutschland. Und jetzt hab ich keinen Bock mehr. Jetzt wird die wirklich mal ein bisschen anders gespielt. Ich mach die Lücken eng, ich läuf direkt an und ich stehe hoch. Und das macht den meisten Gegner richtig zu schaffen und genau deswegen mach ich das. Ich hab schon immer so gespielt und so spiel ich auch weiterhin. Ich hab aber ehrlich zu sein noch ein extra Spiel in Seasons gekauft, ansonsten hätten wir jetzt schon absteigen können. So, und auf geht's. Ausschwärmen, Jungs. Alter Schwede, wie der mich hat plötzlich erwischt. So richtig gut. Das war gut. Und diesmal beim Tode geschossen. Warum? Das war dämlich. Ich sollte lernen, dass es nicht funktioniert. Okay, das war noch fast klar. Dann sollen wir mal aufwägen. Okay, angreifen. Schön offensiv stehen. Danke, Cassius. Ganz ehrlich, null Bock ist erstmal abzusteigen. Ich würde wahrscheinlich ziemlich schnell wieder aufsteigen. Sobald es wieder läuft. Aber ich werde nicht absteigen. Und jetzt machen wir das klar wieder. Spiel fortsetzen. Alter, wenn ich hier nicht gewinne, dann kotze ich. Nein, ja, jetzt wirklich. Dann kotze ich. Also direkt hier. So genau hier. Alter, ich war es halt. Junge Vater, ey. Ich war es halt. auf das Gerät. ich habe schon mal gesagt dass ich jetzt gewinnen werde heißt ich werde jetzt gewinnen es ist mir scheißegal was der macht wie gut er ist und sonst irgendwas ich werde verdammt mal gewinnen und auch nicht vorbei gut dass der nicht kommt halt mal wieder neu im gegnerischen tor komm 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 ja und weiter nach vorne es ist mir jetzt mal sowas und völlig egal ich spiel wieder so wie vorher gespielt habe ich gar nicht wahr sein ich habe nie irgendwie die gegner zugedächt oder sonst irgendwas ob sie angewürgen warum weil ich unfähig bin wenn der gegner mir vor der tür steht und das mache ich momentan mit gegner zugedächt dem ich natürlich dann kann ich nichts für völlig egal wir spielen so weiter und die standen so schlecht ich habe irgendwie das gefühl die das momentum breit kommen kann was einfach so entscheidet dass du verlierst ist nur ne idee ich weiß es nicht keine ahnung war eigentlich nie ein freund von der idee dieses momentums und das kann absolut muss man rot geben absolut aber sowas von rot du glaubst gar nicht wie rot es ist drin ist es und tschüss das ist halt vor allem in der abwägung zu merken dort wo du halt ja teilweise auch sehr stark angewiesen bist darauf wie deine eigene abwehr agiert und reagiert oh der war schön ich gehe mit allen zurück nein 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 ich will keinen von denen ich will keinen von denen und weg mit und angreifen und Ronaldo und weiter und Benzema lauf mit bitte das war glück das war wirklich glück das war wirklich glück ich kann das einfach nicht wenn der Gegner mir vor der Tür rum tanzt ich kann das nicht verteidigen ich bin dafür einfach nicht gemacht nochmal ecke blöd 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 nochmal den hier außen das habe ich gut gemacht ich habe mir den richtigen ausgesucht ich will den Marcelo haben ich will den Marcelo haben blöd 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 und das war wirklich gut schluss blöd blöd r Aber wenn er ab wäre, hier, da muss ich einfach spielen. Ah, ich muss wieder alles mir selber beibringen hier. Das ist ja unglaublich. Bitte, bitte, Casillas. Ich trau dem echt gar nichts zu. Das schafft mir ja nichts. Navas ist ja noch ein größerer Friedenfänger. Oh, ich hab wieder den Außen. Gut, gut, gut. Alles bestens. Halbzeit, 3-1-Führung mit 4 Schüssen auszupacken. Ich brauche den Sieg zu sehr. Ja, das dürfte so gerne schon zu Ende sein, das Spiel. Kommt das davon, wenn man die Saison allein mit 2 Niederlagen schon mehr geht? Ich sage immer wieder, das erste Spiel ist so wichtig zu geben. Das ist eine fantastische Saison momentan. Wie Dortmund in echt. Nur spielt ich Real, aber egal, trotzdem. Ich hab echt gut so echt Banane hier. Boah, der nervt. Der nervt so sehr. Diese Seite hier laufen. Auch deswegen bin ich sehr, sehr, sehr schwierig mit dem Hammerbeteiligen. Komm, wir haben was. Gut, gut, gut. Schön gemacht. Und nochmal vor. Mustafi gegen Ronaldo und die wird mich doch alle verarschen, ey. Als ob der da auch eine Chance hätte, in dem Fall. Ach man, mach den Trick, den ich triple. Okay. Ich bin mit der Challenge. Schön, 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 schön. Komm, komm, komm. Das ist alles so blöd im Moment. Unglaublich. Ich weiß, ich beschwör mich viel, aber ihr seht es nicht. Also ihr seht es, ihr fühlt es nicht, meine ich. Wie sich die Spieler bewegen. Ja, es ist einfach anders. Es ist einfach null Sicherheit momentan da. Weil es macht Angst zu spielen. Weil man der eigenen Mannschaft nicht so richtig über den Weg traut. Deswegen. Das ist unfassbar. Nummer 1, warum kommt Marcelo plötzlich in den Kopfball? Warum Nummer 2, der Toto muss den halten? Nummer 3, Merle. Ich werde jetzt entweder richtig defensiv spielen. Das geht mir sowieso nicht. Oder weiter nach vorne. Weiter nach vorne, ja. Würde ich sagen, als würde ich so mega Druck machen hier. Nein, nicht. Bitte, Kassiers. Mann, was ist los mit dir? Das ist ja unfassbar. FIFA. Mach das doch absichtlich. Bitte, Kassiers. Mann. Darf doch nicht hin. Ich sehe die Lücke bei Benzema. Und der passt hier nicht zu Benzema. Das ist jetzt schon ein Abwehrhalter. Ja, schön Eckball. Aber theoretisch muss meiner schießen. Was macht er da? Oh, ich hasse solche Aktion. Okay, einigermaßen gut hingekriegt. Muss man noch sagen. Das hat es schlimmer ausgedrückt. Junge, Marcelo, da war nix. Gar nix. Deswegen, es gibt doch keinen Foul. Natürlich nicht. Da war ja auch nix. Leute, ihr verarscht mich doch. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Die gesamte Abwehr kam nix. Ist unfähig. Ich muss wieder volle Offensie hier reinstatten. Was bringt mir ein Punkt, wo führt der hin? Da bringt mich halt irgendwo hin, wo es schön ist. So alles Gokororos. Blödsinn. Alter. Zweite Reführung in der Halbzeit, ne? Komm, hör auf, ey. Jetzt sind das 80. Minute. Und wie. Auf welche Art und Weise. Das ist unfassbar. Und Ronaldo kriegt kein Tempo hin. Es ist alles so lächerlich. Alles, was mal geklappt hat, klappt nicht mehr. Und das ist einfach dieses Schlimme, was ich so sehr kritisieren. Das ist nicht meine Spielweise, die dazu führt, dass ich hinten liege immer. Ja, hat er gut gehalten. Ne, ne, ne. Mein Gott. Ne, ne, ne. Oder doch. Schon wieder gleiche Nummer, gleiche Nummer. Ihr könnt doch gar nix mehr. Wir brauchen ein anderes Team. Wir brauchen ein anderes Team. Wir brauchen ein anderes FIFA. Was ist das? Das war gut. Das war tatsächlich mal gut. Ach komm, nur weil der eine jetzt auf dem Boden ein bisschen rumkreucht. Und fleucht. Das ist hier, wie ich anfange zu unterbrechen. Steht hier auch schon wieder. Komm, Bale, bitte. Alter, schaut euch das an. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ganz im Ernst. Was soll ich da machen? Ich drück B. Fertig. Ich drück einfach nur B. Das ist lächerlich. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Ich will das Team nicht mehr spielen. Ich hab ne Abneigung gegen dieses Team. Das ist unfassbar. Den würde er normalerweise in... Blind würde er den machen. Bitte. Jetzt läuft nicht einer wieder raus. Ich will alle drei drin haben. Normalerweise würde er auch den machen. Das ist unfassbar. Ich sitz hier und schüttel nur den Kopf. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Also was Bale da in dem Moment macht, ich will ein anderes Team. Ich kann damit nicht mehr. Ich nehme Bayern. Das ist der... Also wow. Also wer sonstige Spiele von mir gesehen hat, weißt, wie ich normalerweise spiele. Weißt du allen Dingen, dass ich Tore mache. Also solche zumindest. Die trifft jeder. Jeder. Man muss nur B drücken und in die Richtung... Also schießen und die Richtung, halt Kreis und die Richtung, was auch immer, wer auch immer auf was spielt. Aber... Das ist... Wow. 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 Wir sehen uns im nächsten Spiel. Ich bin... Baff. Ziemlich sogar.